Wir feiern am Mittwoch. Halleluja. Gut, ich möchte mit euch über das Thema Heiligung praktisch nachdenken. Heiligung ist ein Thema, was mich beschäftigt, vor allem seit dem April, seit der Herdung gesprochen hat, dass wir bedroht sind von dem Geist der Unreinheit. Ja, ich bin reingeschaltet. Da mache ich die lauter. Heiligung ist ein Thema, was eigentlich für Christen ständig aktuell sein sollte. Denn ohne Heiligung werden wir Gott nicht sehen. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Ich würde mal sagen, es sollte für jeden Christen ständig relevant sein, ist es aber nicht. Für mich war es nicht ständig relevant. Möchte jemand vielleicht noch ein bisschen was, Silvia, möchtest du am Peter ein bisschen übersetzen? Danke. Oder der Peter kommt kurz hierher. Geht's? Na, tauscht kurz, kurz Plätze, dann geht's. Danke. Einfach einen Platz weiterkutschen. Danke. Wir schauen, dass wir Übersetzungsfragen noch klären. Heiligung, ich weiß nicht, was dir so an Assertationen in den Kopf, in den Sinn kommt, wenn du an Heiligung denkst. Aber da denkt man wahrscheinlich an sich fadkleiden. Da denken wir an, das darfst du nicht, das darfst du. Du denkst an Spaß und Spielverderberei, oder? Also man denkt so an alles, was das Leben irgendwie uninteressant und unschön macht. Und manches davon, ja, manches davon stimmt auch, denn wenn wir die Welt in vollsten Zügen genießen, genießen wir wahrscheinlich den Herrn nicht vollständig. Du kannst nicht die Welt vollkommen auslutschen und den Herrn auch noch völlig genießen. Du musst irgendwo in deiner Entscheidung treffen, was willst du mehr? Die Welt ist toll, wir dürfen uns auch erfreuen an dieser Welt. Aber letztendlich, wenn alles gesagt und getan ist, ist die Frage für uns, ist der Herr unsere Freude? Ist der Herr unser Glück? Ist der Herr unsere Erfüllung? Oder ist es die Welt? In der Bibel heißt es auch, wer der Welt Freund sein will, ja, ist Christ die Feind. Letztlich heißt es aber nicht, dass wir uns jetzt mit Peitschen irgendwie geißeln müssen oder uns alles versagen müssen, was schön ist, was uns einfällt. Sondern wir müssen mal die Basics verstehen. Wir müssen die Grundlagen verstehen, was bedeutet es, heilig zu sein. Heilig zu sein heißt, ganz bestimmt moralisch makellos zu sein. Es heißt, dass wir von der Sünde getrennt sind. Es heißt, dass wir auch in manchen Dingen von der Welt getrennt sind. Dass wir Gott gehören, dass wir Gott geweiht sind. Heilig heißt ja in der Ursprungsbedeutung abgesondert. Wenn du ein Gefäß fürs Essen absonderst, dann wirst du darin nicht ölige Sachen vom Maschinenöl sauber machen oder sonst was. Sondern du wirst das, was fürs Essen ist, fürs Speisen ist, wirst du absondern von gewöhnlichen, sonstigen Gebrauch. Und so will der Herr unser Leben absondern. Und deswegen können wir nicht mehr alles tun, was die Welt tun kann. Jesus sagte zu seinen Brüdern, ihr könnt jederzeit aufs Festel gehen. Eure Zeit ist immer, meine Zeit ist nicht. Mit anderen Worten, ich kann nur gehen, wenn es der Herr mir erlaubt. Und wenn wir jetzt verschiedene Bibelstellen von Heiligung im Neuen Testament anschauen, dann fällt uns 1. Thessalonicher 4, 3 bis 7 ein, wo Paulus den Ausdruck heilig verwendet als Gegensatz zu einem Leben in Unmoral und Unreinheit. Wir sollen nicht in Unmoral und Unreinheit leben, sondern in Heiligkeit. Also es ist ein Gegensatz, das eine und das andere. Auch Petrus gebraucht den Begriff Heiligkeit oder Heiligung um den Gegensatz von einem Leben gemäß den bösen Begierden. Die Welt hat böse Begierden, auch selbstsüchtige Begierden. Sie liebt sich selber am allermeisten und der Herr hat es nichts für uns vorgesehen. Als wir noch nicht Christus kannten, waren wir auch umhergetrieben von allen möglichen bösen Begierden. Und der Herr will aber, dass wir von etwas anderem motiviert und geleitet werden. 1. Petrus 1, 14 bis 16. In Offenbarung 22, Vers 11 schreibt ein weiterer Apostel, nämlich Johannes, Johannes, er beschreibt den heiligen Menschen einerseits und andererseits Menschen, die Unrecht tun und Böse sind. Eine heilige Lebensführung ist ein Leben in Übereinstimmung mit den moralischen Geboten der Bibel, überhaupt mit den Geboten der Bibel, eine Lebensführung, ein Lebenswandel in Abkehr von den sündigen Wegen der Welt. Wir legen den alten Menschen ab, der sich durch seine trügerischen Begierden verdirbt, zugrunde richtet. Wir ziehen den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffender Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn also Heiligung so wichtig ist, wenn Heiligung so wesentlich ist, warum beschäftigt es uns oft nicht so sehr? Warum fühlen wir uns so oft von Sünden besiegt? Warum fühlen wir uns eher der Welt gleichgestellt wie von der Welt unterschieden? Ich möchte heute drei Gründe anschauen, die uns helfen, wo wir auf den Leim gehen und wo wir besiegt werden. Der erste Grund ist, dass im Thema Heiligung wir einen selbstbezogenen Ansatz statt einen Gott- oder Christusbezogenen Ansatz verfolgen. Was meine ich damit? Wir sind traurig, wenn wir nicht unsere eigenen Standards schaffen zu erfüllen. Wenn wir also nicht Wort halten und Menschen weisen uns das nach, wenn wir nicht treu sein können, wie wir es von uns selber erwarten, dann sind wir enttäuscht und betrübt und zerknirscht. Aber glaub mir, wir sind meistens nicht aus dem falschen Grund enttäuscht. Wir sind zerknirscht, weil wir es nicht geschafft haben. Weil wir unseren Ansprüchen von unserem hohen Wandel nicht genügen. Und das betrübt uns. Auf dem Grund tun wir auch manchmal Buße. Aber eigentlich sollten wir enttäuscht sein, weil wir Gott verletzt haben. Weil wir ihn betrübt haben. Und das müssen wir überlegen. Tun wir, wenn wir merken, wir haben nicht gottgemäß gelebt, Buße, weil wir Gott verletzt und Gott betrübt haben? Oder weil wir selber nicht als guter Christ, der wir uns selber, uns erwarten zu sein. Der wir auch von den Geschwistern sein wollen. Weil wir dem Standard nicht entsprochen haben. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ein großer Unterschied, aus welchem Grund wir Buße tun. Aus welchem Grund wir uns anspornen, heilig zu leben, ordentlich zu leben, korrekt zu leben. Solange wir Sünde nicht verstehen, dass sie Gott ins Gesicht schlägt, haben wir nicht die richtige Sicht von Sünde. Solange Sünde einfach, ja, Schwachheit ist oder, ja, ich muss mich mehr am Riemen reißen. Ich schulde es mir, meinem eigenen Ansehen, dass ich da anders drauf bin. Nein, Sünde spuckt den Herrn an. Sünde lästert den Herrn. Sünde betrübt unseren Liebsten. Und sie bricht Gottes Gesetz. Sie verachtet seine Autorität. Sie ignoriert und setzt außer Kraft seine Herrschaft, sein Herrsein. Wir sagen Herr, Herr und tun nicht, was er uns sagt. Und weißt du, verschiedene Menschen haben gesagt, ich habe gesündigt. Ich habe gestern Abend erst wieder mit zwei Brüdern im Film die Passion Christi angeschaut und da sagt Judas, weil er die 30 Silberlinge zurückbringen will, ich habe gesündigt. Nützt ihm das was? Nein, wenig später nimmt er sich einen Strick. Nur zu sagen, ich habe gesündigt, ist zu wenig. Auch Bileam hat gesagt, ich habe gesündigt. Saul hat gesagt, ich habe gesündigt. Hat er sein Königtum retten können? Nein. Aber der verlorene Sohn hat nicht nur gesagt, ich habe gesündigt. Sagt man in der Rückkehr zum Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Das ist ein Unterschied. Der verlorene Sohn hat ein bisschen mehr gesehen, was er eigentlich gemacht hat. Und David sagte, ich habe gesündigt, ich bin ein bisschen unkorrekt gewesen oder untreu. Er sagt im Psalm, gegen dich her, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, er hat aber den Ehebruch begangen. Ja, er hat seinen besten Mann umbringen lassen. Aber gegen wen hat er gesündigt? Gegen die Barzeba? Oder gegen den Uriah? Nein, er sagt, eigentlich im tiefsten her habe ich gegen dich gesündigt. Und was immer du deiner Frau, deinem Partner antust, was immer du einem anderen Menschen antust, tust du dem Herrn an, nicht einfach am Menschen. Oder gut, ich war zu meiner Firma nicht so treu, wie ich hätte sein sollen. Du hast nicht gegen deine Firma gesündigt, du hast gegen den Herrn gesündigt. Das müssen wir sehen. Gott will, dass wir uns an ihm orientieren, an seinem Maßstab, an seinem Standard. Glaub mir, das ist keine Haarspalterei. Ob wir betrübt sind, dass wir unseren Ansprüchen nicht genügen, unseren Ansprüchen, was wir erkannt haben, was ein guter Christ macht, oder ob wir den Herrn verletzt haben. Das eine ist selbstbezogen, das andere ist gottbezogen. Nun schauen wir uns den zweiten Grund an, warum wir uns mit der Heiligung schwer tun. Der erste Grund, ich wiederhole, wir sehen die Heiligung mehr selbstbezogen und wollen die Heiligung aus selbstbezogenen Gründen meistern und in den Griff kriegen, als wir aus gottbezogenen Gründen. Der zweite Grund, das zweite Problem ist, dass wir Leben aus Gnade missverstehen. Dass wir denken, wenn ich im Glauben lebe, wenn ich in der Gnade lebe, wenn ich Gott vertraue, dann müsste ich mich selber nicht mehr anstrengen. Glaub mir, im Neuen, nicht im Alten Testament steht, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Wenn du einer Versuchung bis aufs Blut widerstehst, glaub mir, dann lässt du dabei nicht alle gerade sein. Verstehst du, was ich meine? Das Neue Testament glaubt, dass wir ringen, dass wir kämpfen, dass wir bei Gott sind und bei Gott bleiben. Nicht aus eigener Kraft, aber trotzdem kann uns manche Versuchung ins Schwitzen bringen. Und ja, der Josef musste seine Beine in die Hand nehmen, wenn man so schön sagt. Er musste rennen, als ihn die Frau von Potiphar schnappen wollte. Er musste rennen. Er konnte nicht einfach sagen, ja, wenn es der Herr zulässt, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Ja, solange ich noch rauche, der Herr muss man halt nehmen. Solange ich halt noch fernsehsüchtig bin oder mir Bilder anschaut in den Passen im Internet, das muss man halt der Herr nehmen. Wenn es man nicht nimmt, wird es schon nicht so schlimm sein. Weißt du was? Der Herr nimmt da nichts. Hör mir diese, glaub mir diese Wahrheit, der Herr nimmt da nichts. Er nimmt überhaupt keine Sünde weg. Er nimmt überhaupt keine Sucht weg. Der Herr nimmt da gar nichts weg. Glaub mir, das ist eine Lüge aus dem tiefen Pfuhl der Hölle. Der Herr muss man nehmen. Das ist genau so, ich gehe nicht in den Gottesdienst. Wenn es mich nicht zirkt, dann gehe ich nicht. Tut mir leid, wenn es die Judith nicht zirkt, Mama von Benedikt zu sein, dann ist es keine Mama an dem Tag oder wer. Mit hat es, sagst du, heute war ich keine Mama. Heute Benedikt, tut mir leid, bin ich deine Mama nicht, weil mich hat es nicht gezogen. Mich freut es heute nicht, mich hat es nicht gezogen. Da wird es schon passen. Und er schreit und er braucht die Mama, aber die Mama sagt, heute hat es mich nicht gezogen. Merkst du, was für ein Dünnpfiff das alles ist? Mich zirkt es nicht. Das sind alles so Lügen. Der Herr muss man nehmen. Das hat mit Gnade nichts zu tun. Gnade muss ergriffen werden. Gnade muss begehrt werden. Du musst das Reich Gottes an dich reißen. Ich glaube, ohne ein gewisses Maß an Eifer und Fleiß können wir nicht Jesus nachfolgen. Wir brauchen Eifer und Disziplin, um zu beten, um die Bibel zu lesen, um die Verheißungen zu proklamieren, um zu beten. Das geht nicht einfach nur so, ja mei. Versteht ihr, was ich meine? Wir alle haben diese Zeiten schon erlebt, wo man, ja mei, ich lebe halt aus Gnade und nicht mehr aus Religion. Aber weißt du was? Da hat der Herr nichts dabei gewonnen, oder? Aus den Zeiten hat er nichts bei uns dabei gewonnen. Wenn einer was gewonnen hat aus diesen Zeiten, ich habe eine Gnade, ich kann nicht mehr sündigen, ich bin der Vollein der Gnade, ja. Und da kommt die Lieblosigkeit raus. Da hat nur der Teufel einen Profit geschlagen, aber nicht der Herr. Der Herr sieht uns persönlich verantwortlich für Heiligung. Ja, er will uns befähigen. Die Gnade will uns erziehen. Nein, aber sie will uns in die Verantwortung nehmen. Das Entscheidende ist, wenn du eine Gewohnheit oder eine Sucht loswerden willst, willst du sie wirklich loswerden. Jetzt muss sich jeder von uns fragen, will ich es wirklich, ganz tief da drin, will ich es wirklich loswerden. Weil solange du es nicht wirklich willst, glaub mir, der Herr nimmst du nicht. Keine Sorge, der Herr nimmst du nicht. Wir müssen Verantwortung anfangen zu übernehmen. Dann kommen wir in der Heiligung weiter. Dritte Problematik. Also erste war, wir sehen Heiligung zu selbstbezogen und zu wenig gottbezogen. Zweitens, wir denken, es müsste alles aus Gnade, locker, flockig, ohne Anstrengung gehen. Und drittens, und jetzt wird es, glaube ich, etwas, wo wir uns alle bei der Nase nehmen können. Wir nehmen einige Sünden nicht ernst. Wir nehmen sie einfach nicht ernst. Wir haben Sünden kategorisiert. Wir haben sie in Schubladen, in Etiketten versehen und in Schubladen gesteckt. Und in solche Sünden, die sind völlig inakzeptabel, die kann der nur. Und Sünden, die sind völlig normal, tut ja jeder. Und manchmal denkt man, es ist bloß eine Vorschrift in der Firma, die wir jetzt nicht so genau nehmen. Es ist bloß eine Vorschrift. Das tut ja keinem weh. Das verliert keiner Geld deswegen. Wir missachten nur eine Vorschrift in der Arbeit. Aber wir kennen das, es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Hohelied 2, Vers 15. Es sind die kleinen Kompromisse. Da ein bisschen schnell Auto fahren. Da ein paar Vorschriften nicht so ernst nehmen. Da ein bisschen, verstehst du, Großzügiger bewerten. Aus den vielen kleinen Kompromissen kommt dann irgendwann die große Not. Die große Problematik. Auf einmal ist der Ehepartner weg. Auf einmal haben wir richtig Probleme. Wie kam das? Es waren die vielen kleinen Füchse, die der Ehe kaputt gemacht haben. Ich sage jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht auf die Situation bezogen, aber allgemein bezogen. Vielleicht betrifft es den Mann. Vielleicht hat der viele kleine Füchse. Da nehmen wir nicht so genau, da, da, da. Und auf einmal ist es ein Riesenloch, was man nicht mehr stopfen kann. Ich glaube sogar, dass es so war. Ich glaube, es waren die Kleinigkeiten. Hier ein Wingerl, da ein bisschen, da Kompromiss, da nicht so genau nehmen, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Also immer diese Sachen. Verstehst du mich? Tut keinem weh. Es sind diese Dinge. Und jetzt möchte ich euch eine Tatsache vor Augen halten. Es geht nicht in der Heiligung, ob eine Sache in unseren Augen bedeutsam ist und wichtig ist oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist die Majestät des Gesetzgebers. Wenn der Herr sagt, das ist nicht richtig und er ist König und wir ignorieren das, schlagen wir der Majestät ins Gesicht. Es geht nicht darum, ob wir, verstehst du, nach unserem ethischen Empfinden das auch so sehen werden. Der König hat einen Erlass gegeben. Der König hat ein Gesetz gegeben, eine Vorschrift gegeben. Und er fordert von seinen Untertanen Gehorsam. Er erfordert Einhaltung dieser Dinge. Und wenn wir sagen, das sehe ich aber anders. Es geht gar nicht darum, ob wir es anders sehen oder wie. Er hat die Vorschriffe gegeben, er hat das Gebot gegeben und wir sagen, Ei, Ei, Sir. Und wir respektieren damit seine Majestät. Heiligung, ich sage es euch wirklich, worum es da eigentlich geht. Heiligung ist Hochachtung für den König. Heiligung ist Hochachtung, Respekt für den Herrn. Das ist Heiligung. Nicht irgendwie ein auf moralisch machen. Ja, jetzt bist du päpstiger als der Papst. Nein, verstehst du mich? Heiligung. Jetzt wird es aber muffig. Jetzt wird es ganz schön spießig irgendwo. Jetzt wird es so eng. Nein, es geht um den Gesetzgeber. Es geht um den Chef. Es geht um den König, der sein Leben für uns gab. Der uns geschaffen hat. Und der mit Fug und Recht beanspruchen darf, dass wir sagen, Ei, Ei, Sir. Ja, wir machen es. Ist dem Herrn Gehorsam zu leisten oder nicht? Ist er ein heiliger Gesetzgeber oder nicht? Sind wir als seine Geschöpfe, die wir uns selber verdanken, verpflichtet, seinem Willen vorbehaltlos Zustimmung zu leisten? Weißt du, es geht nicht darum, ob wir Sünde groß oder klein nennen, sondern dass der Herr sagt, lass es, tu es nicht. Weißt du, wir müssen aufhören, als drittes Problem Sünden zu kategorisieren. Wir müssen anfangen zu sagen, was der Herr verbietet, kommt für mich nicht in Fragen. Kommt für mich nicht in Fragen. Können wir sehen, dass Sünden die Beleidigung des heiligen Gottes ist, unseres heiligen Geliebten? Können wir persönliche Verantwortung für die Sünde übernehmen und nicht sagen, mei, er muss mal nehmen? Können wir drittens aufhören, Sünden zu kategorisieren, sondern zu sagen, wenn es der Herr verbietet, egal ob groß oder klein, ob ich es für wichtig oder unwichtig halte, es ist für mich bindend, es ist für mich geltend. Ich bin unter Herrschaft, ich gehöre nicht mehr zu mir selbst. Die Heiligkeit Gottes, Heiligung hat mit Gott zu tun und deswegen leben wir sie nicht so sehr, weil wir jetzt besonders heilig sein wollen, sondern er fordert Heiligkeit, er fordert Reinheit, Heilig und Reinheit gehören zusammen und er fordert auch, dass wir in einem solchen Leben anfangen, zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Wir können auf Dauer nicht heilig leben, wenn wir nicht anfangen zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Das heißt, seinen Geschmack uns anzueignen. Ich habe 1. Petrus 1, 15 und 16 erwähnt, ich lese kurz vor, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem, oder in Wandel. In manchem, oder in Wandel, an Sonntagen, immer wieder sonntags, wenn es euch danach ist, in allem, oder in Handeln. Wenn niemand zuschaut, wenn ihr Feierabend habt, in allem, oder in Handeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Mit anderen Worten, ihr gehört zu mir, so wie ich bin, seid auch ihr in dieser Welt. Wir singen, so wie Jesus ist, sind auch wir in dieser Welt. Wir singen diese Lieder, ja. Und wie ist er? Er ist heilig. Seid auch ihr heilig in dieser Welt. Das hat sich so tun, das sagt er nicht, das sage ich den Ältesten, das sage ich den Pastoren, das sage ich den Missionaren, das sage ich den fünffältigen Dienern, das sage ich den Eltern oder Ehepartnern, wenn du nur ledig bist, kommst du aus. Nein, das sagt er allen seinen Kindern. Ich erwarte von euch, dass ihr heilig seid. Ja, ich bin nicht vermögend, spielt keine Rolle, du sollst heilig sein. Ja, ich bin sehr reich, du sollst heilig sein. Ja, ich bin jung, du sollst heilig sein. Ja, ich bin schon alt, du sollst heilig sein. Ich bin ledig, ich bin verheiratet, ich bin verbetmet, geschieden, du sollst heilig sein. Ich bin Akademiker, nein, ich bin nicht berufstätig, du sollst heilig sein. Verstehst du, es geht an alle. An alle. Ich bin heilig, ihr alle sollt auch heilig sein, wann immer. Und weißt du, wir haben uns alle, auch bevor wir Christen waren, eine gewisse kulturelle Moral angeeignet. Wir tun Dinge nicht, die man in unserer Gesellschaft nicht tut. Wir ziehen uns nicht so an, wie es unschüttelig ist, oder so weiter, weil es die Gesellschaft vielleicht nicht mag. Ja, verstehst du, wir haben uns kulturell assimiliert, aber der Herr sagt nicht, meine Gebote haben gerade mit dem Trend oder der Moe zu tun. Wir haben alle die Gesellschaft freizügiger mal nicht, sondern er sagt, ich bin heilig, deshalb will ich, dass ihr nicht gleichförmig diesen Zeitlauf seid, sondern mit mir konform gleichförmig sein sollt. Weißt du, Heiligkeit hat zu tun, wie wir schon gesagt haben, mit der Majestät Gottes, mit Reinheit, moralischer Vollkommenheit seines Wesens. Weißt du, wir haben ja mehrere Eigenschaften von Gott erst, allgegenwärtig, allmächtiges, allliebend und gütig, aber eine Eigenschaft, die ganz, ganz zentral ist, ist seine Heiligkeit. Du sagst vielleicht, Gott gibt schon immer, Gott wird es immer geben, das macht Gott aus. Ja, das macht Gott aus, aber es macht Gott auch aus, dass er heilig ist. Und daher, dass er allwissend ist, weiß er immer vollkommen, was gut und recht ist, was dran ist. Er weiß es immer. Also die Allwissenheit hilft seiner Heiligkeit. Und seine Allgüte hilft seiner Heiligkeit, weil seine Heiligkeit, sein Wissen um Gut und Böse, immer das Gute will. Und weil Gott allmächtig ist, kann er auch immer das, was er als richtig erkannt hat, umsetzen und tun. Wir haben oft nicht die Kraft dazu, aber er ist allmächtig und will uns befähigen, dass wir immer das Gut und Rechte tun können. Für diejenigen, die immer mitschreiben wollen oder sich nachher noch mal diese Brede anschauen, nenne ich kurz die Bibelstellen, wo die Eigenschaft der Heiligkeit genannt ist, 2. Mose 15, 11, 3. Mose 19, 2, Psalm 89, 35, Jesaja 57, 15 und 1. Petrus 1, 5 und 16 haben wir vorhin schon angeschaut. Gott ist heilig, er ist vollkommen getrennt von allem Bösen. Vollkommen getrennt von allem Bösen. In ihm ist nur Licht und keine Finsternis. Überhaupt keine. In ihm ist nur Reinheit und gar nichts Verschmutztes. Das müssen wir mal wirklich ein bisschen so auf uns wirken lassen. Er ist sauber. Er ist hell. Er ist rein. Er ist strahlend schön. Wir sagen, ein Kleidungsstück ist sauber. Das ist mal auf eine besondere Sache. Ein Trautkleid soll sauber sein vor der Hochzeit, das ist klar. Ein Kleidungsstück ist sauber. Es soll nicht fleckig sein. Gold ist rein, wenn es von der Schlacke befreit ist oder Silber. Wir können uns Gott nicht vorstellen, dass er verschlackt ist, dass er verschmutzt ist. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannes 1, Vers 5 Es hat moralische Bedeutung. Gott ist absolut frei von moralisch Bösen jeglicher Art. Er ist selbst die Personifizierung äußerster moralischer Reinheit und Sauberkeit. Er ist sich selbst treu. Er ist in sich selbst stimmig. Er ist nicht mal komme heil, komme morgen. Er ist nicht mal oh ja, ich habe es zwar gestern versprochen, aber so wichtig war es nicht. Bist mir nicht böse. Verstehst du, er ist so nicht. Gott sei Dank ist er nicht so. Aber schau unser eigenes Leben an. Mit wie viel Ausreden. Stell dir mal vor, Gott wäre auch nur einen Tag so wie wir. Das wäre furchtbar, oder? Wenn du dir das wirklich mal so überlegst, zum Teil mit wie viel Ausreden komme ich wieder her. Mit wie viel, tja, musst verstehen. Und ja, umso reifer wir werden in unserem Wandel mit dem Herrn, umso mehr entwickeln wir einen christlichen Charakter. Wir wachsen in Gebieten wie Ehrlichkeit, Reinheit und Demut. Aber wir handeln nicht immer im Eingang mit unserem Charakter. Wir schwindeln manchmal, wir nehmen es nicht immer ganz genau mit der Wahrheit, mit den, mit manchen Dingen. Und manchmal sind wir bestürzt nachher, wenn wir das merken. Ja, stimmt, da, mei. Hätte ich irgendwie anders handeln müssen. Gott bedauert nie, wie er handelt. Gott bedauert nie, oh, das hätte ich irgendwie anders machen müssen. Oh, Schreck, mei. Oh, weh, jetzt habe ich das irgendwie versemmelt. Na, Gott macht das nicht so. Er ist nicht so. Er handelt immer in Übereinstimmung mit seinem heiligen Charakter. Und der Herr möchte uns zu solchen machen. Er möchte uns zu Menschen machen, die kein Bedauern haben müssen. Die sich nicht nachträglich entschuldigen müssen. Er möchte uns zu Menschen machen, ein Mann, ein Wort. Er möchte uns zu Menschen machen, die Wort halten. Er möchte uns zu Menschen machen, wo die Welt sieht, solche Menschen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Du bist ein Relikt aus längst vergangener Zeit, Hans. So soll es sein, wenn Leute dir begegnen. Im guten Sinn. Nicht in meiner Nähe, meine ich fossil. Ich meine, ja, das gilt auch für die Jungen. Verstehe mich falsch. Aber du meinst, du bist so sauber, du bist so klar, du bist so einer, der Wort hält. So was gibt es heute gar nicht mehr. Oder wie wir gesagt haben, die Rebecca, so eine Frau, die so ist, gibt es heute gar nicht mehr. So absolut ist. Der Herr will aber, dass wir ihn so repräsentieren, so ausstrahlen, dass wir, dass die Leute merken, allein wenn ich die anschaue, Anna, weiß ich, dass es an Gott gibt. Der Herr will, dass unser Leben wie ein Spiegel ist. Wenn sie uns sehen, spiegelt sich Gott drin. Oder sie wissen gleich, wenn sie Fluch in der Gegenwart, Anna ist da, wir müssen Fluchen aufhören. Oder irgendwas. Wir lästern über Kollegen ab, Anna oder Pflaster ist da. Ich darf nicht mehr ablästern, Pflaster ist da. Verstehst du mich? Oh, verzeih mir Pflaster, tut mir eh leid. Verstehst du? Wir werden, wir werden zur Gegenwart Gottes. Wir bringen Gott auf die Szene. Wir importieren Gott in die Situation. Und jetzt möchte ich euch noch, wir kommen zum Schluss dieser Botschaft über Heiligkeit, ich möchte euch zum Schluss einen Gedanken vor Augen stellen, der euch vielleicht überrascht. Was für ein Trost für uns ist Gottes Heiligkeit? Trost. Habt ihr richtig gehört? Trost? Gottes Heiligkeit? Gottes Heiligkeit ist doch eher Schrecken für uns. Gottes Heiligkeit ist doch eher Bangigkeit. Seine Barmherzigkeit ist für uns Trost. Seine Liebe ist für uns Trost, oder? Aber Gottes Heiligkeit, willst du bei Gottes Heiligkeit daran denken, dass es dich tröstet? Mei, Herr, dein Heiliger hat mich heute wieder so getröstet. Herr, deine Heiligkeit tröstet mich. Deine Heiligkeit, I love your holiness. Ich liebe deine Heiligkeit. Gott ist immer so ein Trost. Ich glaube, wir alle würden bei Trost was anders denken. Aber passt auf, folgt mir noch ein paar Minuten auf dem Weg und ihr werdet dem Herrn neu preisen für seine Heiligkeit, weil er euch so dermaßen tröstet. Wie oft hast du schon gedacht, der Herr hat dich hängen gelassen. Wie oft hast du schon gedacht, der Herr hätte nicht dein Allerbestes im Sinn? Herr, womit habe ich das verdient? Diese Ehe, als Beispiel nur, ich habe eine gute Idee, habe ich auch nicht verdient, aber das ist anders gemeint. Okay, aber Herr, womit habe ich das verdient? Reifenpanne im Regen. Oder ich habe den Job nicht. Und es kommt der Zweifel in uns auf, ist Gott eigentlich gut? Meint es Gott gut mit mir? Der Zweifel übrigens, den hat die Schlange der Eva eingeblasen ins Hirnkastel und hat ihr gesagt, sollte Gott gesagt haben, nein, Gott weiß vielmehr, er enthält dir was vor. Was blieb unterm Strich bei Eva hängen? Gott meint es nicht vollkommen gut mit mir. Er enthält mir was vor. Ich komme bei Gott zu kurz. Wer von euch ist noch niemals versucht worden zu denken, ich komme bei Gott zu kurz? Nach dem Motto von Slogans wie Good girls go to heaven, bad girls go anywhere. Also die guten Mädel kommen in den Himmel, die schlechten überall hin. Ja, habt ihr gehört? Was steckt hinter diesem bösen, bösen Satz? Die guten Mädel kommen in den Himmel, die schlechten überall hin. Erstmal, überall hin heißt, die kommen auch in den Himmel und können dann nebenbei alles mitnehmen. Und was kommt hin, wenn du in den Himmel kommst, als gutes Mädel, verpasst du die Welt. Ich habe mal, ja in meiner Anfangszeit, noch böse Bücher gelesen, Bücher von dem Stephen King, das war damals so ein böser Schriftsteller, hat Grusel und böse Bücher geschrieben und da war ich noch ein bisschen rebellisch, da war ich halt dann 14, 15, 16 Jahre alt, genau. Und dann habe ich ein Buch gelesen und der Heilige Geist hat die ganze Zeit schon gesagt, lege ich das Buch, weil ich war frisch bekehrt. Der Heilige Geist sagt, hör auf, vielleicht zu euch hat er gesagt, leg den Harry Potter beiseite und der war so spannend gerade. Ah, jetzt gibt es ein neues Buch vom Harry Potter, habe ich gesehen. Da werden wieder Kinder von Gott weggezogen. Egal, aber verstehst du, euch haben andere Bücher vielleicht im Bann gehabt, im Griff gehabt und manche einen, vielleicht bei dir hat er gesagt, leg den Karl May weg, zu viel Karl May, keine Ahnung, war Spaß. Das ist, wenn der BDA von May gegangen ist. Wir hatten zwar die wilder Bären fest in Dressen, aber wir hatten keine Karl May weg. Okay, gut, vielleicht bist du bewahrt worden, sonst wärst du heute vielleicht ein Jünger von Winnetou. Egal, kommen wir zurück. Ich hatte ein, ich hatte ein, ein Buch von diesem bösen Schreiber und es war gar kein so böses Buch, aber es war doch böse. Es war nicht so horrormäßig, es war mehr so fantasy-mäßig. Übrigens, Fantasy-Bücher, da steckt ganz viel Lüge und Traumwelt und Trugwelt oft drin. Jedenfalls in diesem Buch hat einer gekämpft mit der Wahrheit, mit der Moral, mit der moralischen Frage und immer kam in diesem Buch die Frage von Jesus, was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber genau, aber es an seiner Seele Schaden nehme. Immer wieder kam dieses, wie so ein Leitmotiv, kam diese Frage daher. Und weißt du, was irgendwann mal der böse Versucher sagte? Es würde ihm nutzen, die Welt zu gewinnen. Verstehst du? So, so böse, ich habe mal den böse jetzt kurz imitiert, ja, aber so böse, so dreist, hat er gesagt, was die Antwort auf Jesu Frage würde. Es würde mir nützen, die Welt zu gewinnen. Verstehst du? So böse. Und auf einmal hast du gedacht in der Lüge, na klar, ich muss, ich muss, ich muss die Welt gewinnen. Aber dass ich meine Seele verliere dabei, verstehst du? Das ist uns nicht im Blick. am Ende des Tages will der Teufel uns die Lüge verklickern. Bei Gott kriegst du einen Kürzern. Bei Gott schneidest du schlechter ab. Bei Gott kommst du zu kurz. In der Welt, da, 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 da ist die große Sause. In der Welt, da geht so richtig der Punk ab. In der Welt ist der Spaß, aber Gott nennt alle Sünde, was dick macht oder Spaß macht. Ja, so, so, und Christsein ist nicht hip und ist nicht cool und du bist nicht dabei und er hat dieses Image irgendwie transportiert. Aber weißt du, und weißt du, wie ich das gelesen habe, ich sagte, bei dieser Frage, es würde ihm helfen, da wusste ich, warum der Heilige Geist gesagt hat, hör mal lesen auf. Und dann habe ich zwei Drittel, der Herr wollte schon, dass ich ihm, na beim ersten Drittel das Buch weglege. Aber ich habe es spät, da habe ich erst gehorcht, ich habe dann irgendwann das Buch weggelegt und das war mein letztes Tiefen-King-Buch und habe dann aufgehört damit. Und habe mich der Bibel zugebrannt mehr, das war besser, war gescheiter, ja, aber der Teufel hat auch versucht, mir die Lügen einzutrichtern. Zurück zu dieser Frage, warum uns die Heiligkeit tröstet. Weißt du, was die Heiligkeit, wenn wir uns auf die Heiligkeit Gottes besinnen, dann, dann wissen wir eins, es ist für Gott nicht nur unwahrscheinlich, dass wir zu kurz kommen, oder ich glaube nicht, dass ich bei Gott zu kurz komme, sondern ich weiß, dass ich bei Gott nicht zu kurz komme. Warum? Weil Gott heilig ist und wenn Gott heilig ist, darf er mich nicht zu kurz kommen lassen, weil seine Heiligkeit ihn zwingt, mir das Beste zu wollen, das Beste, das Allerbeste zu geben, immer und überall. Wenn du das begreifst, dass seine Heiligkeit Gott in Pflicht nimmt, und dass seine Heiligkeit nicht nur ihm nicht erlaubt, sie zwingt ihn, mich zu überschütten mit Gutem, mit Wahrhaftigem, mit dem Besten. Gott ist moralisch im Schwitzkasten seiner eigenen Heiligkeit, mir Gutes zu tun. Und sein Wort zu halten, einer ist gut, Gott allein, und weil er gut ist, und weil er heilig ist, nicht kann er mir Gutes tun, muss er mir Gutes tun. Und wenn du das erkannt hast, weißt du, dass die Heiligkeit Gottes der Nummer eins Trost ist, der so jede Lüge verpufft, dass ich zu kurz komme. Wenn ich mich für einen rechten Mann aufspar, sexuell oder sonst was, mei, bin ich die Depperte oder was? Nein, Gott hat das Beste, wenn er sagt, warte bis zur Ehe. Er hat das Beste, wenn er sagt, verstehst du mich? Als Beispiel, bin ich der Doofe, dass ich warte? Nein, weil Gott heilig ist, muss man das Leben in Gehorsam zu seinen Geboten, in Respekt und Hochachtung zu seinen Geboten. Verstehst du mich? Trösten. Haben wir es verstanden? Dort ist Heiligkeit, tröstet uns, dass er uns jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde das Allerbeste im Sinn hat. Weil er moralisch ist, weil er heilig ist, weil er rein ist und in dieser Herzenshaltung von Reinheit und Heiligkeit enthält dir mir nie etwas Gutes vor. Komme ich immer bei Gott 10 Millionen Prozent auf meine Kosten. Immer. Verstehst du mich? Merkst du, dass dein Glauben stärkt? Merkst du, dass dein Glauben stärkt? Wer zuletzt hat, lacht am besten. Und was ist, wenn wir schon Kompromisse gemacht haben? Dann dürfen wir das Blut Jesu nehmen und dürfen sagen, ich will trotzdem sein neuer Tag, eine neue Gnade. Und wenn ich in der Vergangenheit die Gebote Gottes mit Füßen getreten, äh, mit, ja, mit Füßen getreten habe, ein neuer Tag, rein und heilig mit Gott zu leben und seinen maximalen Segen zu bekommen. Denn sein maximaler Segen ist der Motor hinter seinen Geboten und Verboten. Sein maximaler Segen, seine Liebe, seine Güte. Halleluja. Und ich möchte zum Schluss noch sagen, jemand sagt dir mal, es verletzt Gott mehr, ihm zuzutrauen, dass er nicht gut wäre, als überhaupt an ihn zu glauben. Wenn du Atheist bist und gar nicht an Gott glaubst, gut, das ist eine. Aber an Gott zu glauben und zu denken, er meint es nicht wirklich gut mit dir, das tut ihm am allermeisten weh. Und ich hoffe, durch diese Botschaft heute über die Heiligkeit, ist mit dieser Versuchung, dieser Lüge, er könnte es nicht gut meinen, ich bin übrig geblieben, ich bin von Gott und der Welt vergessen. Verstehst du, diese Lügen aus dem Abgrund und Schlund der Hölle oder alle heilen, aber mich nicht, ich bin ein hoffnungsverfall, ich bin ein armer Tropf. Diese, verstehst du, diese bösen, bösen Lügen können nur gedeihen auf einem Verkennen seiner Heiligkeit. Wenn du seine Heiligkeit erkennst, als Offenbarung erkennst und ergreifst, dass er heilig ist und dass er moralisch verpflichtet ist, gut und redlich mit dir als einem Kind umzugehen, dann bist du getröstet bis zum Abwinken und kannst dem Sagen sofort sagen, wenn er kommt, mein Gott meint es mit dir nicht gut, schleich dich, du Schleiche, du Schlange, du Schleich, du alte Schleich, Schleich dich jetzt endlich, ja, weil, sonst dreht er drauf auf den Kopf, ja, hast eh schon Dachschaden vom Herrn, ja, Schleich dir, du alte Schleich, verstehst du, du kannst so souverän gegen den Teufel auftreten, weil du weißt, der Herr ist heilig. In dem heiligen Gott ist es schlechthin unmöglich, nicht das Allerbeste für dich im Sinn zu haben. Das tröstet mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich tröstet das. Amen. Danke, Herr, für deine Heiligkeit. Danke, Vater, dass deine Gebote zu unserem Segen sind, nicht um uns zu gängeln, nicht um uns zu Spaß oder Spiel zu verderben, sondern du lädst uns einzuwerden, wie du bist. Frei, rein, strahlend, schön, hell, die glücklichsten Menschen auf Erden zu sein, denn du, Herr, bist glücklich. Am tiefsten Innersten bist du glücklich. Ein glücklicher Gott, ein glücklicher Vater mit glücklichen Kindern. Amen. Gut, Amen. Nächsten Sonntag